So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Smackdown vs. Raw 2000 und 10. Road to WrestleMania mit dem guten Sean Michaels. Ich habe euch beim letzten Mal entlassen aus diesem coolen Cliffhanger oder so. Wir sind kurz davor, das Match gegen Chris Jericho zu gewinnen. Wir sollten ja eigentlich den Blut durchhauen. Ei habe aufgegeben, nachdem wir das Match verloren haben. Da wollte ich zu viel, da wollte ich zu viel. Wir wollen uns ja hier beweisen, dass wir es trotzdem drauf haben, dass wir es drauf haben, trotz unserer Beinverletzung, und die wir dann JBL haben. So die Worte von Sean Michaels ungefähr. So, mal sehen, ob die Switch-Musik durchgeht und wir dann das Cover zeigen können. Komm! Komm! Ich glaube, ich habe mir jetzt mal die ganze Episode nur mit diesem Match so gespammt. Mal sehen. Ich glaube, das... Nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, hier. Nein, das... Das ist doch nicht möglich. Ist ja... Ich dachte, das ist das sichere Ende. Habt ihr bestimmt auch gedacht, ne? So, kann ich nicht mal... Nicht einfach... Pass auf, warte mal. So. Reicht das nicht für den Sieg? Komm, mach jetzt. Oh, ey. Aber wir dürfen natürlich nicht so weit laufen. Da. Wir nennen nachher Zeit Umfall einfach. Wegen unserer Beinverletzung. Ne, erinnert ihr euch an die letzte Episode? Fähigefeuer, Fähigkeit auch schon verballert. Und hier. Truff. Truff, truff, truff. So, sehr schön. Gehen wir aufs Top Drop. Zeigen einen Mundzeug. Äh, wird ein Body Splash gewesen. Ein Buddy Press. So, pass auf hier. Tags his Pildriver. Oder Pildriver allgemein. Here we go. Here we go. Oh, jetzt. Jetzt aber. Bitte. Bitte. Komm schon, das sieht gut aus. Endlich. Jawoll. Badaboo. Ins Cover. Endlich, oder? Bitte. Nein, wot? Oh. Pissig. Pissig. Würde ich mal behaupten. Ja, so ein hartnäckiges Burschen. Vielleicht können wir einfach nicht so viel Schaden machen mit der Redaktion. Man weiß nicht so ganz. Ja, sonst. So. Super Kicks. So eine Switching Music ist schon etwas. Äh, schwächer, wenn man vielleicht das Knie hat, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn es das gleiche Knie ist, was welchen man, oder nee, wenn das Knie, das letzte Knie am gleichen Leid ist, womit man auch zutritt, oder? Kann man auch nicht so einen Impact hinterher haben. Oder ist mein Logik jetzt falsch? Übrigens sehe ich. Probieren wir gleich nochmal. So, Pildriver Zeit. Right here. Nochmal. Bitte. Jetzt ist der Moment gekommen. Nach über drei Minuten hier, in dieser Episode. Adabada, boom! It's cover! What? Dude! No! Nein! Nein! Ah! Aus was kommt der denn alles bitteschön raus? Suck it! Suck it! War gleich ein Cover nach einem Piledriver, oder so. Mit dem Bluten, das war ja wohl ein optionales Ziel. Und so viele Switching-Musik, wie ihr jetzt abgekriegt habt, müsst ihr eigentlich schmühen, oder? Moment, I must change. Headlock, Seil, Headlock sogar. Und das wird ein Suplex. Äh, sogar Ultimate Control Seil. Ja, ja. Over. Over. Over like a dream. Na. Ah. Hast gedacht, wa? Hast gedacht, wa? So. Auf geht er. Ins Cover. Ja, scheiße. Geiser. Na. Come on here. Come, 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 come. Oh. Ich möchte nicht noch diese Episode mit dem Match zu spielen, mit Weah. Na. Oh. Konnte gar nicht, Konnte. Wurde mir nie angezeigt, oder? Halt die übersehen. Was machst du? Nein! 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 Aber die Scheiße wieder. Ey, krieg die nicht gekontert. Geil. Richtig geil. Oh. Toll. Richtig toll. Ich hab gedacht, ich bin jetzt schon beim nächsten Match. Oh, toll. So. Und jetzt, glaub ich, nur so tolle Tipps von euch bekommt. Ja, eine Sekunde vorm Schlagkontent. Darum geht's mir doch. Da kriegt der Timing nicht hin. So. So. Trotzdem danke für das Feedback. Damals. Wann auch immer das war. Schon ne Weile her gewesen, bestimmt. Und jetzt, wenn wir mal einfach ein PINen, vielleicht reicht das ja. Komm, macht zu Ende. Was zu Ende gehört, endlich. Nach Mut sollt. Out. Ich bin ja out. I'm out of here. Ja, ja. Ich wollte ja nachgucken, wann John Bradshaw, bei welcher WrestleMania, John Bradshaw seine Karriere beendet hatte. WrestleMania. Mal gucken, was war es denn? Die, 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 die. Bei WrestleMania. Äh. 25. Also hat er früher seine Karriere beendet, als die gute Shawn Michaels. Und das ist doch jetzt das Hauptargument in dieser Fehle. So, wenn wir nicht geschafft, das Ziel zu erreichen. Screw it. Cleveland. Jerry, the King Lawler, and Michael Cole here for Monday Night Raw, live from Cleveland, Ohio. I'm so excited about tonight. HBK came back in a big way last week, but JBL seemed determined to end Sean Michaels' Karriere. Who knows, what JBL will do next. Ja, 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 ja. Kerzin. Kommt uns jetzt entgegen, oder? Ja. Fird nix mit der Retirement Tour, oder? Ja, ja, ja. Daniel Bryan. Ah, auch cool. Thanks for joining the tour. It's my pleasure, JBL. Now, not too many people know this, but Sean Michaels trained you to compete in the ring. Ja, deswegen hatte ich ja auch Danny Bryan gedacht. Ups. Maybe Sean showed me the ropes a little, but he never showed me the fine points. He never helped me become my best. For that, I had to learn on my own, without guidance. Obviously, that was out of fear and jealousy for what you could become. What you became. You're exactly right, JBL. He saw the immense talent and athleticism that I possess, but he wouldn't help me reach my full potential. He knew that if he did, it would just come back to haunt him. The act of a selfish, self-absorbed and pathetically self-centered man. Oh, kein Backstage-Brawl. Äh, nimm mit Kendrick, weil er cool ist. Boom! Nee, nicht so rum. Oh, fuck. Ich bin auch doof. Ich bin auch doof. Ich wollte mit Brian Kendrick wrestle. Ah. Äh, stehen jetzt beide auf, oder was? Ich kann den gar nicht angreifen, oder? Brian Kendrick, ihr müsst euch mal, ähm, die Interviews auf Highsports.com angucken mit ihm und Paul London. Sehr lustig. Erzählen da von ihrer WWE-Zeit. Brian Kendrick, auch bekannt als The Brian Kendrick. Oder als Spanky. In den Indies. Einer der Ring of Honor-Ugesteine war bei der ersten, war bei der ersten Ring of Honor-Show dabei, soweit ich mich erinnern kann. Meine ich, das gesehen zu haben. Oder? Doch. Und warum für Sieg ist hier nix anscheinend? Und wie sehen wir denn hier Spanky an? So. Das hab ich nicht so bestellt. Guck mal hier. Na. Da war unsere Grapple-Aktion ein bisschen zu langsam. Jetzt geht's schon wieder weiter mit. Mit doben Backstage-Balls. Genau das, was ich am liebsten mag, ne? Na, nach diesem wunderschönen Match beim letzten Mal. Bei der letzten Raw-Ausgabe. So. Können ich auch mal Gegenstände verwenden? Ach, Franz auch nicht. Franz auch nicht. Ach doch. Nur für euch. Nur für euch, Kindness. So sieht's aus. So, dann haben wir jetzt einen Signature-Move. Wenn wir mal die Erlaubnis haben, diesen out zu führen. Anscheinend kriegen wir die nicht. Auch okay. So können wir irgendwo runterspringen. Ich glaube nicht. Deswegen hier der Texas-Piledriver. Oder normaler Piledriver. Ich verwechsel jetzt immer. Und der ist out. Ne? Doch noch nicht. Hä? Wieso? Warum? Hä? Spanky? Muss ich den auch noch verprügeln, ja? Schnell. Reicht das? Ach, der blutet sofort. Der Herr demar bei... Wie haben wir gewrestelt? Jericho passieren müssen. Das wäre ja praktisch gewesen. Ich glaube, der bleibt noch ein Waldchen liegen, oder? Bin mir sicher. Justin, den können wir gar nicht mehr... ...bekämpfen. Steh auf. So. Den konnte der natürlich. Das fährt er bestimmt automatisch wieder hin, weil er gar nicht stehen kann. Fast. Jetzt aber. Reicht das? Ja. HBG gewinnt. WLKO. KO. Knockout. Ach so. Teil der Retirement Tour. Man weiß nicht ganz. Ach ja. Hintergrundmusik natürlich wieder von... Wie immer von SheRod. Hab ich die letzten Episoden nicht so oft erwähnt. Es tut mir leid, Leute. Ihr habt mich bestimmt enttäuscht. Hab mich bestimmt enttäuscht. Ich bin Michael Cole. Er ist Jerry, der King Lawler. Und willkommen zu Monday Night Raw. Heute ist der Nacht, Cole. Shawn Michaels bekommt einen anderen Schuss an Randy Orton. Ich habe eine Gefühle, dass die Orton heute Abend endet. Das ist ein lange erwähntes Re-Match. Seit JBL hat ihre Showdown in der Royal Rumble verletzt und den Heartbreak Kid verletzt. Ja, mal sehen, ob wir uns jetzt hier die World Championship schnappen können. Das wäre ja schon mal ganz nice, so, ne? Und Todd Grissom. Ich habe kein Problem. Mein Gehener. Ach so, da ist es weg. The World Heavyweight Championship. Randy Orton. I've taken on legends. Games. Egon-maniacal chairman. Giants. Anything and anybody thrown my way. Tonight, it really doesn't matter who I'm facing. I need to hold that gold one more time. I don't just want it. I need it. I need it to put an exclamation point on everything I've done in my life for the last 20 years. Randy, it doesn't matter how badly I'm hurting. One way or another. I'm taking your championship. I need it to put an exclamation point on everything I've done in my life for the last 20 years. I need it to put an exclamation point on everything I've done in my life for the last 20 years. Ich will see you next time. Ob das zusammenpasst, man weiß nicht so ganz. Auf jeden Fall sehen wir das dann am morgigen Tag. Das müsste der 11. Juli sein. Und was das für ein Tag ist, einige Wissens von euch. Na ja. Gut. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns dann. Ähm. Ja. Morgen wieder macht's hier nur bei der weiteren Ausgabe vom Let's Play Smackdown vs. Raw 2010. The World of Resetmania. Nur noch 34 Tage. Bis Resetmania 25. The World of Resetmania mit den guten Showmarkets. Daumen hoch wäre cool. App-Log ausschalten. Würde mich sehr, sehr freuen. Und Kommentare hinterlassen. Ist auch immer nice. Bis dann. Euer Franz. Euer Franz Zockt. Bis zum nächsten Mal oder rein. Tschüss.